Welcher Dialekt schwäbisch ausgenommen ist der allertollste? Ich würde mal sagen Sächsisch. Das findest du total witzig. Ich kann es nicht richtig nachmachen, aber Sächsisch find ich schon echt total lustig. Das Schlimmste, das du in letzter Zeit im deutschen Fernsehen gesehen hast? Ha! Nix, weil ich keinen Fernseher hab und zwar schon seit 15 Jahren. Die B27 fährst du lieber von Stuttgart in Richtung Reutlingen oder von Reutlingen nach Stuttgart? Das kann ich nicht beantworten, weil ich beide Richtungen cool finde. Ich find's geil in meine Heimat zurückzufahren und die schwäbische Alb, den Alp drauf zu sehen. Aber ich find's auch cool nach Stuttgart zu fahren und dann den Kessel runter. Finde die Beute super. Ohne YouTube wäre ich? Straßenkehrer wahrscheinlich oder so. Welche schwäbische Spezialität zum Essen geht für dich überhaupt nicht? Oh, Kuttler. Ich weiß gar nicht, ob Kuttler so arg schwäbisch sind. Ich glaube aber schon, aber das krieg ich etwa Halsen und das sieht für mich aus wie irgendwelche Aliens. Darf man bei dir eigentlich Synchros für Geburtstage in Auftrag geben? Man darf die in Auftrag geben, aber ich kann es leider aus zeitlichen Gründen nicht machen. Es tut mir echt leid. Und jetzt wird's besonders schwer für dich. Äffle oder Pferdle? Irgendwie bin ich auf der Pferdle-Seite. Sorry, Äffle. Hallo, mein Name ist Josefine Preuß. Ich bin Psycho-Dino. Ich bin Helene Fischer. Mein Name ist Sammy Deluxe. StuggiTV. Drift. Der beste Sender der Welt. StuggiTV. Deine Stadt. Dein Sender. Hallo und herzlich willkommen bei StuggiTV Drift und wir begrüßen heute bei uns einen waschechten Schwaben. Er hat viele Talente. Er ist Regisseur, Produzent, Musiker, Übersetzer, aber ihr kennt ihn vor allem durch eine Sache und zwar die Welt auf Schwäbisch. Herzlich willkommen, Dodo Kai. Guten Tag, hallo. Schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Es ist ja dein Jubiläumsjahr. Zehn Jahre die Welt auf Schwäbisch. 2006 hast du das erste Video hochgeladen. Was war's damals? Das war ein Ausschnitt aus 24, aus der amerikanischen Anti-Terror-Serie und ich habe die damals aus Jux und Dollerei ohne Plan, ich habe nicht gedacht, dass ich Comedian werde damit, halt auf Schwäbisch nachsynchronisiert. Ich habe aus dem Atombombenverhör eine Folter-Szene gemacht, da ist in der WG der Klodeckel wieder oben klasse. Das Problem heißt Rocky Hackbraten. Irgendwie hat es denen halt auch nicht passt. Dann haben sie es löschen lassen und dann fliegt man halt komplett aus YouTube raus. Dann kann ich ja nur hoffen, dass sie eine gute Rechtsschutzversicherung haben, Herr Bauer. Das ist mir scheißegal. Ich mach einfach weiter. Und dann ging es weiter. Du hast natürlich dann auch berühmte Politiker mit ins Visier genommen, beispielsweise Barack Obama. Das verbindet man schon auch mit dir, würde ich sagen. Wieso erreichst du damit so viele Leute? Ich meine, es ist ja schon ein eigenes Format, sag ich mal. Warum kommt das so gut an? Also es ist nicht ganz eigen. Ich will jetzt nicht so geschichtlich werden, aber den Fun-Dub, also die Fans sind gerade eigentlich Woody Allen erfunden. Das weiß kaum jemand. Das ist so lustig, weil die Leute sagen immer zu mir, das hast du ja von da an da geklaut. Nee, ich habe es gar nicht irgendwo geklaut, weil Woody Allen 1966 schon einen Spielfilm lustig nachsynchronisiert hat. Warum ich so viele Leute erreiche? Also ich kann mir nur versuchen, das zu erklären. Ich glaube, in dieser Comedy ist halt wie in jeder Comedy eine Fallhöhe drin. Das ist jetzt sehr akademisch, aber so ist es halt. Da ist halt der Barack Obama, der große Staatsmann, den wir alle kennen und er redet halt in meinem Video irgendein Bullshit. Und das allein ist schon lustig und dann macht er es auch noch auf Mundart, auf Schwäbisch. Was mich echt nervt und das verwirrt, glaube ich, das Gehirn. Also das ist so eine Verletzung der Sehgewohnheiten und deswegen finden die Leute, glaube ich, cool. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Bei uns stellt jeder Dackel gerade, wie es ihm passt, sein Drahtesel in den Hausgang rein. Trotz Verbotsschild. Man braucht diesen Famefaktor. Du brauchst einen Famefaktor und es geht halt beim Fritz Kuhn zum Beispiel super, weil der Fritz Kuhn, der hat jetzt die Angewohnheit gehabt, immer auf dem Rednerpult so zu machen. Und ich habe natürlich, das ist das Prinzip, wir brauchen einen rechten Orgelspieler. Und das funktioniert halt ganz gut. Und er findet es auch witzig, oder? Der hat mich mal sogar kennengelernt. Also er ist mal auf mich zugekommen bei einer Veranstaltung. Das fand ich der absolute Hammer. Ich hätte ihn nie angesprochen. Und er sagt, Sie sind der Dominik Kuhn, gell? Ja, ich bin der Orgelspieler. Also es wäre wirklich sehr nett. Und seitdem sehr guten Draht, muss ich echt sagen. Was mich auch interessieren würde, erreichst du vor allem die Menschen, die jetzt hier in der Region leben, also die Schwarm und drumherum, oder geht es dann wirklich bis nach oben Berlin in den Norden hoch? Also es ist ein sehr schwäbisches Phänomen. Natürlich. Also das merkt man auch an meinen Shows. Ich kann hier in der Gegend, wenn ich spiele, mache ich Tausenderhallen voll. Das ist der Wahnsinn. Ein absoluter Segen. Wenn ich jetzt weiter rausgehe, ich sage mal Heidelberg und nördlich, dann kommen da noch 300 Leute. Was auch der absolute Hammer ist. Aber es ist klar, dass in Berlin könnte ich jetzt in irgendeinem Club spielen und da würden lauter Schwaben kommen. Aber was ich höre, ist, dass meine Filme ganz arg gerne von den Schwaben als Vorführobjekt genommen werden. Also wenn die dann Gäste haben aus NRW oder so, dann führen die denen die Filme vor. Habe ich auch schon erlebt. Ja, ja, ich auch. Also das wird tatsächlich dadurch auch immer größer. Ich denke ja immer, das hört jetzt mal auf. Jetzt mache ich es zehn Jahre, das interessiert doch keine Sau. Aber es stimmt einfach nicht. Die Filme stehen auf YouTube und ist ja auch klar, vor neun Jahren habe ich diesen berühmten Todesstern-Film gemacht, der erste Millionen-Clicker. Jetzt gibt es Kids, die sind sieben Jahre alt und entdecken jetzt den Film neu. Das heißt, das hört wahrscheinlich nie auf. Wir brauchen gar nicht groß drum herum zu sprechen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht gucken. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich sage, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von... Von Print- oder TV-Kampagne kann ja überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Da sieht man auch wieder von den Jungen bis zu den Alten hoch. Auch sozusagen aus meinem Bekanntenkreis höre ich diese große Bandbreite raus. Was steckt da dahinter, dass man auch so ein breites Publikum erreicht, schafft nicht jeder? Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Also mir wird das übrigens gesagt, ich selber bin da kein großer Analytiker. Ich habe mal einen Preis für Verdienste um die Mundart bekommen, da hat ein Professor eine Verdienstbegründung vorgelesen, da bin ich fast bleich geworden vor Scham. Und das haben andere Leute mehr analysiert als ich. Also ich glaube, es ist so, die Schwaben erstens mal sagen mir immer nach, ich wäre so der erste Schwabe, der das Schwäbische aus diesem vorhersehbaren Kontext rausholt. Kehrwoche, Hausmeister, schon, aber dann immer auf so modern umgebaut, auf Weltniveau. Das finden die cool. Und dann ist es so, das muss ich schon sagen, ich habe mich mal absichtlich entschieden, meine Comedy clean zu lassen. Also bei mir geht es nie um Sex, Fäkal und Drogen. Das finde ich zwar auch witzig und da kam, also mir gehen viele geile Gags raus, weil ich mal beschlossen habe, es nicht zu machen, ganz ehrlich. Aber das finden halt dann alle gut. Das heißt, auch ältere Leute, jetzt ist ja nicht wertend gemeint, aber die sagen, das ist nett. Die finden das auch. Und in meinem Publikum sitzen echt Menschen von, ich sage mal, 10 bis 70. Um mal von dieser wissenschaftlichen Reflexion wegzukommen, gehen wir ein bisschen ins Praktische. Ich würde mal sagen, du bist ein richtiger Macher. Du machst unheimlich viel, hast auch früher schon ganze Reihen übersetzt sozusagen von das Englische ins Deutsche. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wenn du nicht gerade synchronisierst, was du sonst so machst. Naja, meine Vita ist in der Tat sehr kompliziert. Also ich habe als 18-Jähriger angefangen, sehr viel mich für Beschallungstechnik zu interessieren. Ich habe eine kleine Firma für Beschallungstechnik aufgemacht, PA Verlay, wie man das sagt. Da habe ich nebenbei beim Radio gearbeitet, als Moderator, als Sprecher, aber auch als Techniker. Also ich habe immer einen Macken, mich interessiert immer alles. Und das ist übrigens bis heute so. Mich interessiert die kreative Seite genauso wie die produktive Seite. Also ich könnte auch, ich produziere meine eigenen Shows und es macht mir einfach Spaß, hinter der Bühne zu arbeiten und vor der Bühne, was aber manchmal schwierig ist. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, Filme zu drehen, Musik zu produzieren, Texte zu schreiben. Ich habe jetzt keinen Hit gehabt, aber viele Achtungserfolge oder für andere Künstler geschrieben. Und als Schauspieler warst du auch schon aktiv bei Leib und Frisch damals? Ja, also ich bin, ich hatte nie Ambitionen, Schauspieler zu werden. Gar nie. Aber ich habe auch mal nebenbei gemodelt. Also immer natürlich kein Hugo Boss Model, sondern so Motorsägen und so Zeug. Von mir ist das ganz witzig. Ja, es gibt von mir eine Anzeige von einer berühmten Firma hier im Schwäbischen, die Laubgebläse herstellt. Das ist aus heutiger Sicht mega bizarr. Aber das wäre echt witzig. Findet man das noch irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Es ist damals nur im Printbereich gewesen. Ich glaube, ich muss es selber mal veröffentlichen, weil ich es abgefahren finde. Das kannst du zum 20-Jährigen dir vielleicht aufbewahren. Also ich werde natürlich mit steigender Popularität immer für Gastrollen angefragt. Ich mache es auch total gerne. Und wenn ich mal einer für etwas Größeres haben will, ist es auch kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Schauspieler werden möchte. Also meine wahre Ambition außer der Comedy ist die Regie. Ich würde schon gerne aus dem Werbefilm irgendwann mal in den Spielfilmen mich etablieren. Und das Lustige ist, dass das jetzt auch läuft. Es kommen jetzt Anfragen in der Richtung. Also die wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Nee, ich denke eher immer, Alter, hast du eigentlich ein Dach? Schade, mach doch mal was Normals. Aber das kriege ich auch nicht hin. Okay. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Du hast ja jetzt einen großen, richtig großen Auftritt. Porsche Arena, da passen 5000 Leute rein. 10. Dezember ist es dann soweit. Und du bist nicht alleine auf der Bühne, sondern hast ja auch noch Freunde eingeladen. Genau. Ich habe ja meine Premiere damals vor zweieinhalb Jahren in der Porsche Arena gleich gemacht, völlig abartig und habe beschlossen, jetzt machen wir an die Tour einen Knopf hin, weil die ist jetzt rum. Nächstes Jahr gibt es ein neues Programm. Und gehen nochmal in die Porsche Arena. Und dieses Mal sind ein paar Gäste dabei. Der Ralf Rute, mein Freund, der Comiczeichner, den glaube ich jeder kennt, der kommt. Da freue ich mich sehr. Wir haben ein eigenes kleines Filmchen produziert für die Show. Dann kommt der Thomas Topaz Fröschle, der Comedian-Zauberer, den ich für absolut genial halte. Ist ja auch schon mal in Las Vegas, glaube ich, sogar am Start gewesen. Das ist aber so, was kaum jemand weiß, ist, dass der auch ein sauguter Comedian ist. Und ich will mich jetzt gar nicht aufspielen, weil der ist selber groß, aber ich drehe den mir immer in den Arsch und sage, hey, mach mal, komm, mach mal mehr. Ich finde es einfach saugeil, was mit ihm zu machen. Und genauso mein alter Freund Bernd Kohlhepp, der ein genialer Kabarettist ist. Und mit dem mache ich auch was zusammen. Und dann kommt der MC Brutal, unser Stuttgarter Rapper, weil den finde ich nämlich auch saumäßig cool. Ich mache so ein bisschen gediegenen schwäbischen Pop-Soul und er ist mehr so der Hip-Hopper und dann machen wir eine schöne Mixtur. Das heißt, er wird auch auf der Bühne rappen dann mit dir? Der kommt mit meiner, also am Schluss kommt meine Band nochmal, das war nämlich auch bei der Premiere so. Jetzt holen wir die nochmal und dann kommt der MC Brutal. Eigentlich ist es ja eine Überraschung, ich sollte es ja jetzt sagen, aber jetzt wissen es alle. Zumindest alle Stucki-TV-Zuschauer wissen jetzt Bescheid. Gibt es denn noch Tickets überhaupt? Es gibt noch Tickets. Also das ist tatsächlich so, das ist der Wahnsinn, was für eine Legende herrscht. Es denken alle, es wäre ausverkauft, weil das ist tatsächlich so, die Premiere war zwei Monate vorher komplett ausverkauft. Der Wahnsinn. Jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mehr ganz so romantisch, also da gibt es noch Tickets. Also die Leute rennen jetzt nicht nochmal so brutal dahin. Das wird eine super tolle Sache und das wird auch schön voll, aber da kann man noch Tickets kaufen. Alles klar, wir sind gespannt, wir freuen uns drauf und wir sehen uns vielleicht demnächst dann mal wieder bei Stucki-TV. Das war es nämlich bei Stucki-TV-Drift und wir sehen uns dann wieder demnächst bei uns. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis dahin, macht's gut, ciao.